In diesem Video geht es um die 5 besten Metallbettgestelle. Ein Metallbettgestell ist besonders praktisch, denn diese verfügen über eine hochwertige und meist sehr stabile Konstruktion, einen besonders leichten und unkomplizierten Aufbau, ein sehr robustes Gestell und damit eine hohe Tragfähigkeit und Langlebigkeit, die den Test der Zeit übersteht. 5 verschiedene Metallbettgestelle von 5 verschiedenen Herstellern und auch aus 5 unterschiedlichen Preisklassen wollen wir uns heute in diesem Video anschauen. Alles damit du ein passendes Modell für dich und deine Ansprüche finden kannst, bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Modelle aus den unterschiedlichen Preisklassen und mit den verschiedenen Designs und Aufbauarten kennenzulernen und am Ende ein passendes Modell finden zu können. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dann nach dem Video noch alles weitere zu diesen Bettgestellen erfahren und deinen Favoriten dort auch sofort bestellen. Starten wir das eigentliche Video direkt mit dem Einsteigermodell, dem modernen Metall-Plattformbettgestell von OneSleep. Dieses Metallbettgestell steht auf 22 cm Höhe und ist in 4 verschiedenen Größen, angefangen von 90 x 200 cm bis hin zu einer 160 x 200 cm Variante erhältlich. Auch kann man hier zwischen Stahl- oder Holzlattenrosten auswählen, wodurch man hier entscheiden kann, wie weich oder hart man schlafen möchte. Dieser minimalistische Stahlrahmen passt nicht nur zu jeder Raumgestaltung, sondern ist auch besonders einfach und schnell aufgebaut und ermöglicht eine problemlose und komplizierte Benutzung, sowie aber auch hohe Atmungsaktivität durch den offenen Aufbau des Gestells an sich. Zudem überzeugt hier natürlich auch der besonders günstige Preis des OneSleep Metallbettgestells. Über den ersten Link in der Videobeschreibung kannst du jetzt noch weiteres zu diesem simplen, aber effektiven Modell erfahren und dieses Modell dort bei Interesse auch gleich bestellen. Aus der zweiten Preis- und Leistungsklasse möchten wir dir das ebenfalls sehr beliebte Dreamsy Bettgestell vorstellen. Dieses ist in unzähligen verschiedenen Größen erhältlich. Auch in sehr großen Varianten bis 1,80 x 2 Meter Abmessung und auch mit einem sehr hohen Aufbau von bis zu 41 cm. Dabei bleibt das Bettgestell immer äußerst simpel aufgebaut und überzeugt durch hohe Tragfähigkeiten bis hin zu 2000 kg. Das sehr solide Metallgestell verleiht dem Bett eben seine hohe Widerstandsfähigkeit. Auch sorgt das simple und offene Design für eine gute Atmungsaktivität beim Schlafen, einen einfachen Aufbau und auch einen zusätzlichen Stauraum. Durch die Komforthöhe von 41 cm steigt man hier nicht nur sehr leicht ins Bett und steht auch einfacher wieder auf, sondern erhält auch noch genügend platzsparenden Stauraum unter dem Bett. Ein sehr hochwertiges, stabiles und praktisches Modell, also das Dreamsy Metall Bettgestell. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung kannst du jetzt noch alles weitere zu diesem Modell aus der zweiten Preisklasse erfahren und auch dort den aktuell erhältlichen 10% Rabattcoupon einlösen. Bleib aber ansonsten auch gerne noch dran, denn wir haben ja noch drei weitere Modelle, die wir vorstellen möchten. Als drittes zum Beispiel das Metallbettgestell Smart Base von Sinus. Das Sinus Smart Base ist in ebenfalls verschiedenen Größen bis hin sogar zu einer Queen Size Variante erhältlich, sowie mit verschiedenen Einstiegsgrößen. Die Standardvariante kommt mit 35,6 cm Höhe, wodurch hier immer noch genügend Platz unter dem Bett zum Verstauen unterschiedlichster Gegenstände bleibt. Das Besondere an diesem Modell ist vor allem der spezielle Lattenrostaufbau. Die Plattform, welche an sich aus sehr schwerem Stahl verarbeitet wird, wurde so konzipiert, dass er eine Federkern- oder Boxspringmatratze ersetzt. Er besitzt kleinere Metalllängsstreben, die in Kombination mit den robusten Querstreben für eine gute Punktelastizität sorgen. Natürlich ist dies immer noch nicht mit einem Boxspringbett vergleichbar, aber doch bietet es eine höhere Bequemlichkeit als übliche Metallbettgestelle. Trotzdem ist das Modell immer noch sehr hochwertig verarbeitet und kann Traglasten bis 340 kg aushalten. Vom Hersteller Sinus gibt es hier sogar auch eine 5 Jahre Garantie, sodass man sich bei der Anschaffung vom Sinus-Bettgestell absolut sicher sein kann. Über den dritten Link in der Videobeschreibung kannst auch du jetzt noch alles weitere zu diesem Modell erfahren und das Sinus-Smartbase auch direkt bestellen. Es handelt sich hier tatsächlich um den mit Abstand größten Bestseller im Vergleich. Als viertes und vorletztes möchten wir dir nun das robuste Metallbettgestell von FIO-B vorstellen. Das FIO-B Bettrahmengestell aus Metall überzeugt ebenfalls durch eine herausragende Stabilität von bis zu 1500 kg Belastbarkeit. An sich ist es ein recht simples Modell, das auch zum Beispiel dem Dreamsy-Bettgestell aus der zweiten Preisklasse ähnelt. Wir mussten dieses Metallgestell aber unbedingt hier noch reinnehmen, denn dieses ist nämlich in einer King-Size-Variante und damit der auch mit Abstand größten Version in diesem Video erhältlich. Das wird vor allem durch die vielen Querstreben möglich, die unter dem Bett verbaut sind, womit auch besonders schwere und auch große Personen Platz finden können und auch ein besonders großes King-Size-Bettgestell getragen werden kann. Tatsächlich ist es gar nicht so einfach, ein King-Size-Metallbettgestell zu finden. So ein Modell mit einer Größe von 2x2 Metern gibt es nicht überall, aber der Hersteller FIO-B macht dies möglich. Über den vierten und vorletzten Link in der Videobeschreibung kannst du dich jetzt nur noch weiter zu diesem besonders robusten und auch besonders großen Modell aus der vierten Preisklasse informieren. Bleib ansonsten auch gerne noch für das fünfte und letzte Modell aus dem Video dran, das Metallbettgestell Nierbegelia Temma. Das Temma-Bettgestell bietet ein besonders klassisches Design. Dieses erzeugt ein warmes und elegantes Gefühl für sein Zuhause. Hergestellt ist es trotzdem aus sehr stabilem und robustem Metall und ist das einzige im Vergleich, welches mit zusätzlicher Kopfstütze und auch einem Fußteil kommt. Dieses sehr simple, aber trotzdem recht edle Design sieht nicht nur gut aus, sondern kann durch seine stabile Konstruktion auch hohe Belastbarkeiten bis 300 Kilogramm aushalten. Die geschweißte Plattformstruktur und das feste Schraubendesign können nicht nur für hohe Belastbarkeiten sorgen, sondern reduzieren auch den Lärm, der durch Reibung erzeugt wird. Dieser Metallbettrahmen mit Kopfteil kommt im viktorianischen Stil, erfordert durch das spezielle Lattenrostdesign keine Federung und bietet dabei trotzdem einen sehr simplen und bequemen Aufbau. Über den fünften Link in der Videobeschreibung kannst auch du dich jetzt noch zum Temma-Bettgestell aus Metall informieren und dieses spezielle Gestell im viktorianischen Stil dort auch sofort bestellen.